herzlich willkommen zu einer weiteren runde galaxy wars diesmal spiele ich wieder den chewbacca die klasse die spiele ich momentan total gerne und mal sehen was wir in diesem match reißen können okay genau das machen wir jetzt auch wir spielen jetzt objekte und da sind noch schon so erst mal schön die trooper weg machen okay und da kommen die richtigen schade die schade den habe ich doch schon gehabt wo sind die anderen also montan sehe ich noch nicht viele spieler muss ich ehrlich sagen da hinten ist einer jetzt kommt ein zwei granate ich mache hier alle komm shotgun oh shit shotgun check the slime killed me ok aber irgendwo granate ha frag grenade also es kommt mir aber so vor als wenn nicht viele spieler dabei sind wir sind zwar trooper aber das sind irgendwie alles wort aber so richtige spiele da ist einer alter wollte er mich mal da rechte abschießen dann das getroffen habe ich okay also irgendwas stimmt hin objekte können wir objekte können wir schon mal vergessen wir sind einfach zu wenige spieler wie es aussieht kommt ich mache ich alle jetzt aber okay jetzt ist gar keiner mehr von meinen spielern da oder das muss ich mal checken komm spawn mich hier ist in der tat keiner ja super 2 gegen 1 so dann wird das hier quasi kein normales erobern sondern team deathmatch würde ich mal sagen ich verkenne mich jetzt mal hier hinten das habe ich aber auch noch nicht gehabt so was nicht was wir heißen können also der kann mit seinem schwert durch die säule da wirken jetzt bin ich echt ganz alleine gegen zwei na gut challenge except mal sehen wie viel kills wir schaffen kommt wieder getroffen ja jack des lallon so habe ich mich zumindest schon mal in dem typen gerecht okay die granaten sind echt nicht schlecht nicht getroffen Alter ins Gesicht. Nochmal. Double kill. Komm, Granate. Ach, scheiße, die Granate ist noch. Wieder eingetroffen. Jetzt aber. Haha, sehr gut. Ja, verpiesel dich mal. Oh scheiße, der hat sein Roboter. Sein Turret. Okay, die 2 Tode, die blende ich jetzt mal aus. Jetzt kommt hier echt gar keiner. Das ist ja generell eigentlich voll lame, oder? Dass da gar keiner mit in der Session ist. Das ist nicht gut balanced. Aber okay, dann kann ich mir jetzt mal ein bisschen hier, mich mit der Klasse vertraut haben. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist ja auch nicht verkehrt. Kommen die da noch? Oh. Da hinten stehen sie. Ja, komm. Ah, wohl mich. Ei, ei, ei. Er trifft mich aber nicht. Da hinten kommt der zweite Dude. Na, kommt schon. Jetzt kommt er. Granate. Ach, Mann. Das ist ja echt schade. Ist ja den ganzen Weg hergelaufen und BÄM. Explodiert meine Granate in seinem Gesicht. Nimm das. Ich treffe ihn. Nimm das. Nimm das. Oh, schade. Nicht getroffen. Getroffen. Nimm das. Nicht getroffen. Da seid ihr beide. Doppelkill. Sehr gut. Tja. Ich glaube, hier tut sie nicht mehr viel. Die Dudes kommen jetzt wohl auch nicht mehr. Die erkunden jetzt wohl auch nur die Map. Ja, gut. Wurde auch nicht. Dann war das jetzt mal ein etwas andere Episode. Ah, das ist eh nur noch ein Typ drin. Ist mal eine andere Episode gewesen. Leider kein Objective. Aber dafür mal so eine Art Team Deathmatch. Ich musste mich hier vercampen. Da bin ich. Und ja, letztendlich. Wir konnten es nicht gewinnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Macht's gut. Ciao.